krasser beef in der promisszene nico legat 26 sorgt für mächtig wirbel und das nicht im positiven sinne sein der torsten legat 55 ist stinksauer was ist da los nico bekannt aus temptation island legt einen mega fehltritt hin der seinem vater die schamesröte ins gesicht treibt auf instagram lässt torsten seinem ärger freien lauf das ist nicht mein sohn sein verhalten ist unter aller sau oha das klingt heftig aber warum ist torsten so auf 180 in der neuesten folge von prominent scheint nico ordentlich über die stränge geschlagen zu haben mit ein paar gläsern zu viel intus plaudert er intime details aus und das vorlaufender kamera sogar über seine ex und andere mädels im camp lässt er nichts aus da geht nicht nur seinem geld sondern auch den mitbewohnern die hutschnur hoch und das ist nicht das erste mal dass es zwischen nico und seinem vater knallt schon während temptation island gab es stress und funkstille zwischen den beiden doch dann schien sich alles wieder zu beruhigen bis jetzt steht das familienglück etwa auf dem spiel was denkt ihr lasst es uns in den kommentaren wissen